jetzt sind das war geschlafen also ich das jetzt mitgekriegt aber vermisst er auf jeden fall sein sohn ja mit ein langer tag wieder morgen also schlaft erstmal so jetzt sind sie wieder wach alles klar ja mitgekrieg ja ja Jemand muss die Radio rausnehmen, Luke. Was ist das Problem? Wir sollten wahrscheinlich herausfinden, wer macht was, bevor wir... Time zu gehen. Die Sonne ist auf. Sie lassen dich in, wenn alles beteiligt. Wo ist mein Vater? Er ist wo die resten von dir gehen. Für Arbeit. Rebecca, Nick, Sarah, Jane. Wenn du dich an einen Schraub machen willst, mach es jetzt. Der nächste Freude wird nicht für einen Moment sein. Troy wird für den Rest von dir kommen. Warum nur sie? Wie gesagt, Troy wird für den Rest von dir kommen. Wir werden erst mal von einer anderen Arbeit eingeteilt und wir sollen jetzt erst mal warten. So habe ich das jetzt verstanden. Okay, schau, wenn wir etwas machen, müssen wir es jetzt machen. Und wenn Luke sah, was wir haben, und wir mit ihm zusammenbauen, ich kann es machen, können wir es machen. Wo ist die Führe? Ja? Clementine sollte es machen. Bist du scheiß. Wollte du scheiß? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Oh, ja. Aber, komm, ist das. Sie ist ein Kind. Warum? Da ist ein Millionen Reisens. Sie weiß, Luke. Sie kann es schnappen. Sie hat das Radio für uns in den ersten Platz. Wer denkt? Und ich bin sorry, Mike, aber ich weiß nicht von Adam. Und wenn ich jemanden zu tun, um etwas zu tun, das ist wichtig, dann ich sie zu tun. Du glaubst mir nicht, um einen Radio zu bekommen? Warum kannst du es nicht tun, Kenny? Für die gleiche Grund, dass Mike nicht tun muss. Sie werden es bemerken. Gib mir die Radio. Alles klar, kleine Mädchen, los geht's nach Becken. Alles klar. Und nicht heute, wie heute, wie heute. Kein Weg. Kein Schauspieler. Dieser Röster wird euch alle Sekunden des Tages beherrscht, du hörst? Hast du das? Ich habe Angst, dass ich eine Antwort brauche, Frau. Ich habe dich gehört, okay? Gut. Komm schon. Oh, du hast deine Pockets alle raus. Ich bin sorry, aber das ist der einzige Weg. Ich werde deine Tags alle geschnitten. Die kann jetzt noch die, äh, Antenne verstecken. Richtig mal ab, Alter, du Piscop, ey. Geht's mir langsam auf, 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 Pleninsen allen. Hey, sie ist mit mir? Oh, shit, ich muss für Gott. Ja. Ja. Ja, wer klemmet dann erstmal was zu essen kriegt. Hey, du Arschlo. Hey, was geht's? Never mind. Just chores of a different sort. Come on, city mouse. Can't you cut her a break? She'd really rather keep with us. People she knows. Won't they need my help? Well, today I need it more. Come on. I just wanted to make sure you were all right. I didn't believe you when you told me about Reggie. I ran and found Bill once I left you. Figured, even if he had done it, he'd make up some sort of excuse, but Bill was just so matter of fact about it. Like he'd pulled up a weed or something. Like it had to be done. And that was just one of those moments when your blood runs cold. Goosepimples up and down your arm. You look anxious. You look anxious. Clementine. You look anxious. You look anxious. Clementine. Something the mad. But I swear on everything holy, that'll never happen again. Bonnie. Luke's waiting for me to give this to him. He needs it. Clementine. And all I need from you is to just not care where I am for 15 minutes. If you get caught and you mention my name, Carver will be the least of your troubles. Okay? Well, what are you waiting for? Wir haben glaube ich 15 Minuten Zeit für das Ganze, um Luke das Walkie-Talkie zu geben. You should get going. Bill don't like idle hands. Uh, ja, das, hm. Y'all better hurry that shit up. I hate babysitting you assholes. Luke? Luke! Wird er ist da? Warum macht's denn jetzt nicht die Tür zu? Herrgott! Ah! Luke, wo ist er? Danke. Oh, keine Ahnung. Tür zu machen, ne? Oh! Hey! Du solltest nicht hier sein! die Gruppe hier war ein paar Kinder in Aurelia Backe nach und sie wird herrlich wenn du wolle war fast erbärmlicher Stolz Kilo Bede in der Hau ist der Wurrundel für ein Träst mit Trägerie die Sieg wird nur wollte die jünger wenn er ihre pläne ist ich kann jetzt rennen für mir problem die kämpfe versteckt jetzt damit das mikrofon das ist das mikrofon aus sich zurück da kontakt aufzunehmen weiß was andere der Walkie Talkie ist. Zwei. Ich habe es gefunden. Es ist hier. Ich habe es. Es ist okay. Sorry about that. Ich bin nicht sicher, was ich dachte. Zwei. Fucker. Oh Gott. Jesus Christ. Stop. Stop him. Somebody stop him. Troy, mach mal. Clementine. Help me. You have to do this, Bill. No. Stop it. Kenny. Kenny. Oh. Bill. Das ist genug, Bill. Please. Bill. There's a breach. All right. Everyone come with me. Bonnie. You stick around. Make sure these folks don't get into any more trouble. Yeah. Okay. No supper for you all tonight. Maybe an empty stomach will give you some perspective. And we'll try this again tomorrow. alter Verwalter. Da haut er mit dem walkie-talkie erstmal. Du hast dich das überlebt, ey. We're leaving tonight. We're leaving tonight. We're leaving tonight. We're leaving tonight. They do too. Where is Kenny? What's she saying? Sie sagt, sie kann uns aus der PIN, wenn wir das P.A. System gehen. Als nächstes sie das hört, sie wird es überrascht. Das ist großartig. Das ist nicht großartig. Was bist du? Schau, ich weiß, ein Teil davon ist meine Schuld. Ich weiß. Können wir sogar信, Bonnie? Wir haben keine Grund, nicht zu信, sie. Ich meine, wenn sie uns geholfen hat, wir würden uns geholfen. Aber heute Nacht ist es riesig. Es ist ziemlich riesig, Leute. Risig? Siehst du, was das B.A. B.A. just did? Der Plan funktioniert. Nichts muss sich ändern. Es ist alles fertig. Das ist alles fertig. Dieser Mann ist verrückt. Wer weiß, was er zu tun ist? Ja, aber jetzt sind wir mit einem Mann zu schmerzen. Sarita, in no shape zu tun, und ich bin ein verdammter Schmerzen. Schau, wir müssen uns aufstehen. Wir müssen uns Zeit nehmen. Wir müssen uns warten und warten für eine Öffnung. Bonnie ist bereit zu helfen, heute Nacht. Und das bedeutet, sie kann es nicht zum anderen Nacht machen. Ich weiß nicht, Leute. Luke macht Sinn. Vielleicht sollten wir warten. We're not waiting. Ain't nothin' out there, guys. Trust me, I've looked. There's no food. There's no supplies. They picked everything clean. We need to leave now. It's only gonna get worse. Is he going to be okay? His orbital is crushed. I don't think there's much hope for the eye. I got him as stable as I could, cleaned it, got some of the swelling down, bandaged it as best I could. But until he wakes up, we won't know if there's any damage to the brain. Bei Gehirnanschotterung oder sowas, ob ich das jetzt verstanden habe. So we should risk all of our lives? No, we're not leaving Kenny. That's not fair. We stay together. Life ain't fair, Clem. We're just trying to make the best of a bad situation here. No one wants to leave Kenny. Good. Because you won't have to. Kenny is an echt zäher Hund, eh? Not bad, old man. Thanks, asshole. You are one tough bastard. Do tough bastards get their ass kicked in front of everybody? You are all right? That wasn't your fault, okay? It's all right. All right. Ja, so was weiss da zusammen, weil wir kenne ich schon ziemlich lange kennen, also. Yes. Where are we going? In case things get squirrely and we gotta make a break for it, we need a place to meet up. We could meet out at Parker's Run. The hell is that? It's a Civil War site a few miles north. Tourist traffic. Got signs all over. Just follow the road. We stopped there after we escaped the first time. Luke and Carlos know where it is. It's not that far. Well, at least if a few folks know where it's at, it'll be easier to find if we're split up. All right. That works. Then we just need someone to go set off that PA, right? I mean, you never bothered to explain who's supposed to do that. Voll im Rampenlicht so. Ausgestrahlt, die drei. Hm. Let's go. Das ist, ja. Irgendwie muss ich es schon wieder tun. It's right on the microphone box. Right. By default, it's set to play music. So you should just have to turn it on, right? Then climb back up and drop into the stock room. We'll meet you there. Repeat what he said. Down into the office. Outdoor speaker switch. Turn on PA. Up to the roof. Down into the stock room to meet you guys. That right? Perfect. Perfect.